Herzlich Willkommen zurück liebe Freunde zu Let's Play Black Ops 2 Multiplayer natürlich Geht gleich wieder richtig ab, wieder auf Drone, wieder Abschluss bestätigt, wieder die, na ok, diesmal nicht die gleiche Waffen, fast die gleiche Waffen Jetzt machen wir die erstmal richtig fertig Ja Ja mal Na hopp Geht doch So Oh, wieder so ein Sniper, der nix auf den Kasten hat und nur kämen kann Sowas geht mir echt auf den Senkel, Campernoobs Hä? Wie kann ein C4 da hinten liegen? Alter, was soll'n das? Was ist denn das jetzt eben grad für eine Waffe gewesen nach so MSMC? Wir haben den Vorteil verloren Darum es kommt niemand Ey, ich war doch auf seinem Kopf Warum will das Spiel nicht so wie ich will Auch schon wieder, das gibt's nicht Okay, die geht da nie im Leben rüber. Ey, woher kam denn jetzt das Teil? Alter, das kann doch gar nicht sein. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Abschuss bestätigt. Ich bin so schlecht, so schlecht, so schlecht, naja egal, loschlägen. Weiter geht's, solang es mir jetzt noch Spaß macht, also noch. Ey, woher weiß der denn, dass ich da bin? Feindliche Drohne oder sowas kam doch gar nicht. Jetzt kam eine verbündete, aber keine feindliche. Jetzt kam eine feindliche. Ey, mein Gott. Mach das doch kaputt, das Drecksgeschütz. Feindliche Drohne in der Luft. Radar offline. Nice sucks, yo. Feindliche Kriegsmaschine eingesetzt. Bin leer geschossen. Okay, jetzt hopp. Jetzt muss ich aber auch mal was reißen. Ey, Mann, Alter. Gestern ging's doch eine Zeit lang. Was ist denn jetzt los? Was? Was? Was ist denn hier durch? Ich hab dich. Hey, Mann, Gott, ey. Das Breastor einmal mit so ner Breach, das wovon triffst nicht mal. Das nervt schon wieder. Dann hackt die Waffe noch beim Schießen. Entverbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Feindliche Drohne nähert sich. Warum spawnen wir jetzt auf einmal da hinten? Feindliche Drohne ist aktiv. Bin leer geschossen. Das wird nichts. Los doch. Okay. Lade nach. Moment. Eine feindliche Drohne in der Luft. Radar offline. Lade nach. Achtung. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. So, jetzt kommt erstmal ein bisschen Pumpen-Power. Feindliche Vorräte unterwegs. Absolut beschädigt. Feindgesichtet. Alter, die haben sich hier hinten ja komplett mit Geschützen eingebaut. Man konnte ja gar nicht mehr durch. Ich glaub, ich lief gleich und gehe mal in eine neue Lobby, weil... Darauf hab ich echt keinen Bock. Ja, die Runde hier lief ich jetzt mal. Ich habe mir gerne была knobsmit v Air.